Kann man ohne Gebärmutter schwanger werden? Nehmen wir mal an, du wirst das gefragt, ist mir neulich in der Praxis passiert. Wie würdest du antworten? Wenn du jetzt gönn wärst, wäre die Antwort auf keinen Fall ohne Gebärmutter schwanger sein, geht ja gar nicht. Oder sagst du jein? Lass uns das Ganze mal an einem Fallbeispiel durchspielen. Ihr seht hier ein MRT-Bild von einer Gebärmutter und diese Gebärmutter, bis auf ein bisschen Schleimhaut, sieht ja doch relativ leer aus. Schauen wir uns das MRT aber noch ein bisschen genauer an, sehen wir auf einmal eine Schwangerschaft, ein Baby, mitten im Bauch der Mutter. Die Plazenta hat sich irgendwo in dem umliegenden Gewebe eingenistet. Das ist der Plazenta auch ziemlich egal, ob das Darm ist, Milz ist, Knochenhaut ist oder was auch immer. Die hat sich dort einfach invasiv reingewachsen und versorgt jetzt ein Baby. Und in diesem Fall, bei dieser 37-jährigen Frau, ist dieses Baby fast in der 20. Schwangerschaftswoche. Vielleicht habt ihr ja auch schon mal davon gehört, dass Frauen teilweise gar nicht mitbekommen, dass sie schwanger sind. Und das ist auch mal wieder ein gutes Beispiel dafür, dass es das durchaus gibt. Nicht nur Schwangerschaften in der Gebärmutter werden manchmal nicht bemerkt oder verdrängt, auch Schwangerschaften im gesamten Bauchraum. Und so ein Kind in der 20. Schwangerschaftswoche hat ja auch schon eine gewisse Größe. Also tatsächlich kann man das auch mal gar nicht bemerken. In diesem Fall hatte die Dame zehn Tage lang ziemlich starke Bauchschmerzen, weshalb sie dann auch sich in der Klinik vorgestellt hat, weshalb dann dieses MRT entstanden ist. Warum man jetzt direkt ein MRT macht, anstatt erstmal Ultraschall, sei mal dahingestellt. Diese Sonderform der Eileiterschwangerschaft, zur Eileiterschwangerschaft habe ich dir schon ein Video gemacht. Darfst du dir hier oben im Nachgang gerne mal angucken. Das nennt sich Bauchhöhlenschwangerschaft und ist super selten. 1 zu 10 bis 1 zu 25.000 ist ungefähr so eine Benchmark. Dass eine Bauchhöhlenschwangerschaft so lange voranschreitet bis in die 20. Schwangerschaftswoche ist übrigens noch mal viel seltener. In den allermeisten Fällen, wenn eine Bauchhöhlenschwangerschaft passiert, macht der Körper etwas ziemlich Abgefahrenes, aber auch ziemlich Geniales, damit es nicht zu einer massiven Infektion kommt. Denn ihr könnt euch ja vorstellen, so eine Schwangerschaft ist ja zu 50 Prozent körperfremd. Und die Gebärmutter hat ein sehr spezielles Immunsystem, dass diese 50 Prozent nicht angegriffen werden vom Immunsystem, sondern toleriert werden. Denn so eine Plazenta frisst sich ja quasi in die Gebärmutterwand hinein. Ist ja ein invasives Wachstum, was wir ja sonst nur von bösartigen Zellen kennen. Auch das toleriert ein Körper. Was der weibliche Körper bei so ektopen Schwangerschaft machen kann, ist eine sogenannte Lithopediumbildung, auch genannt als Steinbaby. Die Schwangerschaft, die nicht in der Gebärmutter stattfindet, wird vom Körper verkalkt. Und dieses verkalkte Baby in dem Sinne kann man auch noch Jahre bis Jahrzehnte später sehen. Ob im Ultraschall oder zum Beispiel im MRT oder auch bei manchen Obduktionen sind solche Steinbabys zutage gekommen. Und das alles hat natürlich den Hintergrund, dass diese Schwangerschaft, die nicht dort sitzt, wo sie hingehört, nicht zu einer massiven Immunreaktion, also auch eine Art Blutvergiftung führt. Wie kommt das jetzt überhaupt zu einer Schwangerschaft in der Bauchhülle? Das ist relativ leicht, denn so eine Eizelle, die fliegt ja erstmal nach dem Eisprung durch, ich sag immer, den luftleeren Raum. Ist natürlich nicht luftleer, sondern die wird ja dann von dem Eileiter und dem Fimbrientrichter aufgenommen. Passiert das aber nicht, landet die Eizelle einfach im Bauchraum. Und das kann auch mal so passieren. Die Eizelle geht dann zugrunde, wird abgebaut vom Körper und fertig ist. Sollte natürlich aber auch gleichzeitig sich ein Spermium auf denselben Weg machen und das Ende des Eileiters erreichen und dann quasi auch in die Bauchhülle wandern. Und da treffen die beiden sich zufällig und docken dann irgendwo an, an der Bauchwand, am Bauchfell und befruchten sich dann dort. Ihr hört schon raus, es ist ein seltenes Ereignis, aber es ist durchaus möglich, dass es zu einer Befruchtung in der Bauchhülle kommt. Kommen wir aber noch mal zurück zu der 37-jährigen Dame mit den zehntägigen Unterbauchschmerzen. Tatsächlich ist in diesem Fall die Schwangerschaft sogar prolongiert worden. Das heißt, man hat gesagt, okay, jetzt haben wir es bis zur 20. Schwangerschaftswoche geschafft. Jetzt wollen wir Woche für Woche schauen, ob Mutter und Kind so lange aushalten, bis das Kind in den Raum kommt, wo es überleben kann. Und das ist ja heutzutage schon ab der 22. Woche, spätestens 24. Woche, der Fall. Also ich habe mir jetzt versucht, mindestens noch vier Wochen auszuharren, damit das Kind auch überlebt. In den allermeisten Fällen dieser super seltenen Ereignisse ist es übrigens so, dass man eine Schwangerschaft eher nicht prolongieren möchte. Und es kommt auch meistens gar nicht dazu, weil so eine Schwangerschaft ganz oft auch nicht intakt ist, weil das Überlebensmilieu nicht gegeben ist. Aber du kannst dir sicher auch vorstellen, eine Plazenta, ein riesen Blutschwamm, wenn man so möchte, der fast die Größe einer kleinen Pizza hat, wenn du so möchtest, kann natürlich zu massivsten Blutungen führen, gerade wenn auch Darm- oder Blutgefäße involviert sind. Zum Wohle der Mutter sollte also so eine Schwangerschaft gar nicht prolongiert werden. Es kommt aber auch meistens nicht zu solchen Grenzfällen, weil so eine Schwangerschaft außerhalb der Gebärmutter doch schon recht früh entdeckt wird und dementsprechend auch vorher gehandelt wird. In diesem Falle kam die Dame ja super spät, sodass man in so einem Zeitraum war, wo man dann doch über das Überleben des Kindes nachdenken sollte. Und siehe da, es hat auch geklappt. Tatsächlich haben beide die 29. Schwangerschaftswoche erreicht. Das Kind wurde dann per großen Bauchschnitt geboren. Kind wurde dann natürlich auf Intensivstation verlegt, hat dort zwei Wochen ums Überleben gekämpft und diesen Kampf auch gewonnen. Aber jetzt müssen wir natürlich auch nochmal zurückdenken, was machen wir jetzt mit dieser Plazenta? In diesem Fall hat man sich dazu entschieden, die Plazenta da zu lassen, wo sie ist, weil man eben Angst hatte, wenn man die jetzt löst, dass man da weitere Verletzungen verursacht und die Mutter dann letztendlich daran versterben könnte. Kind war also versorgt, aber was passiert jetzt mit dieser Plazenta? Man stelle sich vor, man versucht die jetzt abzulösen, etwas, was aber in Sachen reingewachsen ist, in Gefäße, in Darm, in Milz zum Beispiel. Die dann rauszulösen hat natürlich massive Folgen für die Mutter. Was man in dem Fall gemacht hat, ist eine sogenannte Embolisation. Man hat also in die großen Gefäße der Plazenta etwas hineingespritzt, was dann die Blutzufuhr stoppte und dadurch ging natürlich die Plazenta an den Stellen zugrunde. Ein Teil der Plazenta konnte man auch schon chirurgisch entfernen, aber vorerst hat man die Patientin wieder vernäht, zugemacht und zwei, drei Wochen später nochmal operiert und den Rest der Plazenta, soweit es eben ging, rausgeholt. Gar nicht so selten sind auch Fallbeispiele beschrieben, wo man die Plazenta einfach an Ort und Stelle lässt und der Körper das selbst regelt. Aber natürlich bleibt das Risiko extrem hoch bei der Nachgeburt der Plazenta für die Mama. Also, natürlich was für die Medien, natürlich ein ganz super, super seltenes Ereignis, aber wenn du das nächste Mal gefragt wirst, kann man eigentlich ohne Gebärmutter schwanger werden? Dann kannst du dich an diesen Fall erinnern. Ja, die Gebärmutter war zwar noch in der Frau drin, aber theoretisch kann sich so eine Schwangerschaft wirklich überall einnisten, wo Gewebe ist. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht zu viele schlaflose Nächte oder komische Träume. Es ist ein ganz super seltenes Ereignis, aber ich wollte es euch nicht vorenthalten, was in der Natur alles möglich ist.